Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Vielleicht kennst du mich schon von YouTube oder vom Buch Das große Mysterium. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema erweiterte Bewusstseinszustände. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, wie du siehst. Ich habe tausende Bücher gelesen, habe sehr, sehr viele Kurse und Seminare besucht und einiges an Lebenserfahrung gesammelt und teile das sehr, sehr gerne mit anderen Menschen. Und habe angefangen, vor vielen, vielen Jahren auf YouTube meine Erkenntnisse und die Erkenntnisse, die ich in erweiterten Bewusstseinszuständen erlebe, mit anderen Menschen zu teilen. Ich habe das dann angefangen, auf YouTube zu veröffentlichen und habe dann sehr, sehr viel Feedback bekommen und sehr, sehr viele Abonnenten bekommen, Menschen, die sagen, wow, danke, vielen Dank, hast du mehr davon. Und irgendwann habe ich dann angefangen, weil die Community immer gewachsen ist, Seminare zu geben, Kurse zu erstellen, wo ich viel mehr von diesem Wissen, das ich mir angeeignet habe, zur Verfügung stelle. Und da habe ich deswegen die Meditation Academy gegründet. Das ist sozusagen eine Plattform, wo ich dir mein gesamtes Wissen zur Verfügung stelle, wo du Zugang bekommst zu den ganzen bisherigen Kursen, zu den neuen Kursen und zu den ganzen Seminaren, die kommen. Jedes Jahr werde ich einmal im Monat, gibt es ein Online-Seminar, manchmal im Jahr Live-Seminare. Und wenn du in der Meditation Academy bist, hast du zu gewissen Sachen Zugang. Und ich werde gleich mit dir reden, was da genau auf dich wartet. Auf der einen Seite bekommst du eine eigene App für Tablet oder fürs Handy, wo du Zugang hast zu den ganzen Kursen. Und ich habe mir übrigens für diese Academy etwas ganz Besonderes überlegt. Die meisten, die meine Videos schon kennen und wissen, dass ich in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel Wissen raushaue. Manche schreiben, dass in einem YouTube-Video mehr Wissen enthalten ist, im Wert von mehreren 100 bis 1000 Euro, wo andere Kurse oder Seminare erhalten, wo sie das selber wissen, was ich in 15 Minuten vermittle, rausgeben. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viele Kurse und Seminare drin. Und man könnte sagen, ein Kurs, ein Seminar kostet zwischen mehreren 100 Euro bis mehreren 1000 Euro. Und ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt. Denn mein Ziel ist nicht, dass du viel Geld ausgibst, sondern mein Ziel ist es, dass du ein Teil der Community wirst. Dass du durch sehr, sehr wenig Geld Zugang zu allem bekommst. So ähnlich wie bei Netflix oder so ähnlich wie bei Amazon Prime oder wie auch immer oder diesen E-Plus, wo du durch einen kleinen Beitrag einfach Zugang zu allen Kursen, zu allen Seminaren bekommst und auch Zugang zu den ganzen Seminaren, die jedes Jahr stattfinden. Das heißt, du zahlst einen sehr, sehr kleinen Beitrag im Monat und durch diesen Beitrag hast du einfach alles. Also auf der einen Seite bekommst du die App, dann bekommst du einmal im Monat, jedes Jahr gibt es Zoom-Seminare für verschiedene Themen. Auf dieser Webseite sind unten die ganzen jeweiligen Themen aufgelistet. Zugang zu Tagesseminaren, Tagesworkshops im Wert von über 1273 Euro. Du kannst übrigens die Meditation Academy monatlich kündigen und du sagst, na, ich habe jetzt die nächsten drei Monate keine Zeit. Dann kündige sie einfach und du kannst auch jede Zeit wieder fortsetzen. Dann gibt es Live-Seminare, 1 bis 3 Live-Seminare und du bekommst 50% Rabatt auf die Live-Seminare. Du sparst da über 1000 Euro ungefähr. Dann bekommst du zu sehr vielen Kursen und fast allen PDFs und Workbooks dazu. Dann bekommst du von allen bisherigen Seminaren und Kursen die Seminar-Mitschnitte, die bereits stattgefunden haben, im Wert von über 3000 Euro. Dann bekommst du nicht einfach nur irgendwelche Seminare, wo viel gelabert wird, sondern wirklich Essenzen. Denn in jedem Seminar geht es immer um die Essenzen der Essenzen. Das heißt, das wird alles komprimiert und du hast in einem Tagesworkshop sozusagen die Komprimierung von diesem Thema drin. Dann gibt es auch Gruppenmeditationen, dann gibt es Online-Seminare, die bereits stattgefunden haben, im Wert von sehr, sehr vielen Tausenden Euro. Dann kommen laufend, also jedes Monat, ein oder mehrere Kurse hinzu. Dann hast du eben Zugang zur Community von vielen hunderten Leuten, die da mitmachen und auch kannst du teilnehmen an den Live-Meditationen. Und dann möchte ich mit dir kurz über diese 10 Chapters reden, die sozusagen die Basis, das Gerüst der Meditation Academy sind. Der erste Kurs, der also wirklich so das Fundament des Ganzen ist, nennt sich Breakthrough Chapter 1, Durchbreche deine Muster. Ein sehr, sehr intensiver Kurs, der dir alles zeigt, was in dir vorgeht. Deine ganzen Filtermechanismen, dein ganzes Filtersystem, wie du die Realität wahrnimmst. Man könnte sagen, Schattenarbeit auf allerhöchster Ebene, wo dir sehr, sehr viel beigebracht wird über Breakthrough. Dann Self-Mastery Chapter 2, wo es darum geht, Selbstregulation, deine Gedanken, deine Emotionen, deines Bewusstseinszustandes zu erlernen und zu integrieren und dann inneren Child Healing Chapter 3, wo du dann lernst, dein inneres Kind zu heilen. Dann Relationship Healing, Manifestation, wie du den Selbstwert steigerst, wie du eine Berufung, deine Passion findest, wie du in den Erleuchtungszustand gelangst, wie du die Dualität transzendierst, wie du in die Superposition kommst, also wie du das Manifestieren auf einer höchsten Ebene verstehst, wie du Transzendenzzustände erlebst. Dann gibt es Kurse wie God Chronicles, eines der bewusstseinserweiterten Kurse in der gesamten Academy, Kabbalah Chronicles, wo ich die Kabbalah-Lehre sehr deutlich erkläre. Dann die Seminar-Mitschnitte, Awake-Seminar, Seelenreisen, Manifest Your Life 1, 2 und 3, wo du die ganzen Astralreisen, Grundkurs, Astralreisen, Masterclass, bekommst. Dann mit meinem Team, mit Steven und mit Lisa, ihr bekommst auch viele Kuren, Immunbooster-Kur, ein Kurs über Astralwelten, was es für Welten es gibt, wie du ein eigenes Transzendenz-Seminar erlebst. Dann Astralreisen, ein Intensivkurs, wie du einen Beziehungskurs hast, Meditation, Meditationstechnik, ein eigener Kurs mit vielen Meditationstechniken. Dann, wie du loslassen lernst, du induzierst Träumen, Hypnose, ein eigener Kurs über Hypnose, Tiefenmeditation, Superlearning, Bewusstseinserweiterung, Channeling, Speedreading, ein Kurs über Matrix, ein Kurs in Wundern, wo es um Ängste geht, dann Kongressmitschnitte, wo ich auf der Bühne war, dann, wie man sich vom Ego befreit, wie man in erweiterte Bewusstseinszustände kommt, dann ein Detox-Kurs, also Kur, Traumerinnerungskur, verschiedene Channelings von mir, Zibeldrüsenkur, verschiedene andere Seminarmitschnitte, Meditation-Guru-Kurs, also ein Crash-Kurs, wo du Meditation lernst, luzides Träumen, dann Brainwave-Guide, also wie du Frequenzen am besten nutzt, dann Spiritualität im Alltag integrierst, wo du einen eigenen Kurs über Secret Smoothies, wo du Smoothies produzieren kannst für verschiedene Zustände, Third Eye Awakening, Disconnect, weitere Bewusstseinszustände und so weiter, es gibt sehr, sehr viele Kurse und noch viele weitere kommen dazu, jedes Jahr zwischen 10 bis 15 ungefähr, neue hinzu, also dann, jeder Kurs hat ja einen Wert von mehreren 100 bis 1000 Euro und du bekommst für einen sehr, sehr kleinen Betrag im Monat Zugang zu allem, was da ist und Zugang zu allem, was noch kommt und ein kostenloses Ticket für jeweils jedes Online-Seminar, was einmal im Monat stattfindet, das heißt, es ist ein sehr, sehr kleines Investment, wenn du jemand bist, der sagt, ich will mein Bewusstsein erweitern, ich beschäftige mich mit dem Thema Bewusstsein und ich will für einen kleinen Beitrag im Monat wirklich sehr, sehr viel aus meiner Persönlichkeit rausholen, mein Bewusstsein erweitern, dann bist du hier genau richtig. Vor allem, was Schönste, was ich mir am meisten liebe an der Meditation Academy ist, dass es ein Kurs ist, wo du einfach Zugang bekommst zu einer Community, zu Menschen, die die Kurse gesehen haben, die ihr Bewusstsein dadurch erweitert haben, die ihr eigenes Denken haben und du kommst in eine eigene Telegram-Gruppe, wo ich auch mit drin bin, wo du gemeinsam mit mir einmal im Monat, wo wir uns sowieso einmal im Monat durch die Zoom-Seminare sehen und persönlich mit mir auch reden kannst und das Ganze erleben kannst. Also, wenn du immer bist, der auf dem Bewusstseins-Erweiterungsweg ist, auf dem spirituellen Weg, dann melde dich an in der Meditation Academy, werde Teil der Community und lass dich von uns, von der Community begleiten, lass dich von uns tragen. Und wenn du jetzt ein Gefühl empfindest, wenn deine Intuition dir sagt, ja, vielleicht ist das genau das, was ich jetzt brauche, ja, ob das ein Kurs ist oder was auch immer, dann melde dich an, höre auf diese Stimme in dir und wir sehen uns gleich in der Meditation Academy im Onboarding und sehen uns vielleicht in einem der Chapters oder in einem der Kurse oder in einem der Gruppenmeditation oder in einem der Zoom-Seminare und vielleicht sogar auch im Live-Seminar. In dem Sinne, freue ich mich, dich gleich auf der anderen Seite zu sehen und kann es kaum erwarten, den Bewusstseinsweg gemeinsam mit dir zu gehen.